So Leute, heute sind wir hier. Micha hat mich hierher entführt und wie gesagt, dieses Video ist kein Werbevideo und ich werde hier halb überfahren, aber es ist auch egal. Das wollte ich nur gesagt haben. Micha hat gesagt, es sieht hier aus wie überall, hier im Baumarkt, aber das ist ja auch egal. Ja Leute, wenn ihr Werkzeug braucht, dann seid ihr hier richtig. Und dann haue ich mit dem Hämmerchen mein Karti kaputt. Sie gehen nämlich nicht mehr mit, das reicht mir. Wir werden jetzt nicht mehr hinkriegen. Was? Jetzt bekommen wir es nicht mehr herangehängt. Was bekommen wir nicht mehr herangehängt? Der Hämmer, der Hämmerchen. Leute, ich freue mich, dass ihr uns begleitet mal wieder. Also hier ist jedenfalls nichts mit. Kommt Leute, wir gehen jetzt mal an die Treppe hier hoch. Die Leiter. Hey Leute, ich war gerade in der Cocktail, war deshalb ist das heute ein chaotisches Video. Ich war eigentlich wieder beim Inder. Deswegen ist die Kameraführung jetzt nicht mehr so. Die ist so ein bisschen verwackelt, wisst ihr? Mhm. Aber ist ja geil, oder? Ja, gut. Ich glaube, ich war vier Wochen lang nicht beim Inder. Ich habe voll die Entzugserscheinungen. Mh-mh-mh-mh. Mhm. Kannst du was dazu sagen, außer mh-mh, mh-mh. Wo willst du denn hier mit mir hin, hier ist nur Holz, du Holzkopf! Auma! Oh, hier gibt es noch Abstandsregeln, Leute, hört ihr das? 1,50 Meter, hier gibt es noch Corona. Also da muss ich ja schnell raus, das geht ja gar nicht. In anderen Baumärkten gibt es keinen Corona. Wo willst du denn hin? Ach so, der sucht immer noch Fliesen. Leute, wenn ich euch mal hier so runternehme, dann sind da Menschen und die Möchtigkeit nicht. Also ab und zu findet man hier in so einem Baumarkt mal einen Mensch. Wo? Und da ich fremde Menschen nicht in meiner Kameraführung hier mag, oder die auch nicht auf meinem Kanal erscheinen wollen, man weiß es nicht, oder waren welche auf dem Plakat. Deshalb. Ja, dieses ist hier ein Thema. Wie? Du hast doch noch gar nicht alles gesehen, Micha. Wie, du läufst aber doch schon wieder zurück? Hallo. Was ist denn das hier Teppich, oder was? Was sind denn für Rollen? Das ist so. Das muss mir doch mal einer erklären. Ja. Hier, 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 hier steht das hier. Ja. Oh, oder was ist es? Hier, hier, hier ist wieder so ein Quatsch wie gestern, das kennt ihr ja schon. Was ist denn mal in einem anderen Video? Hm. Also die da hinten sind auch cool, oder? Wieder. Ja. Schön. Ja. Oh, guck mal, hier, fast wie gestern wieder. Oh, das finde ich ja schön. Das sieht ja aus, hier könnte man fast so Spielfiguren raufstellen. Also wenn man Geld hat, ist viel möglich, ne? Guckt euch das an. Kati entdeckt die Welt. Was macht das hier los? Oh, das finde ich ja schön im Preis, vielleicht nicht, aber guck mal, cool. Da oben, da oben, die kleinen Fliesen. Ja, also, hm, 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 ich seh. Ja? Hallo, Kati. Ey, ich seh. Wie war denn dein letzter Abend, hm? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, ich seh, ah, ich seh deine Arne stehen, ich kann deine Arne stehen, ich steh sagen und äh, 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 äh. Ich wollte nur sagen, Kati ist mein Omis und so, schaltet doch mal ein. Daumen hoch, kein Dislike und guck mal auf dem Shop vorbei. Ja. Ich hoffe, es ist doch nicht gibt. Ha, 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 ha. Vielen lieben Dank, ey, wie gesagt, ich wollte hier gerade filmen. Das siehst du doch gar nicht, Micha, was ich hier gerade mache. Leute, wir haben die falsche Kamera an, aber er ist ja euer Eimer. So rum siehst du es auch nicht, ich hab die falsche Kamera an. Ne. 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 Da läuft er davon. Jetzt ist er, jetzt ist er voll genervt. Was ist denn jetzt los? Hallo. Was denn? Was soll denn das? Was soll denn das? Wie geht es denn so gut? Opi? Was ist los? Wie geht es denn so gut? Ja. Macht nicht immer so einen Blödsinn. Ah! Ey Leute, Micha, mich bestimmt gern üble, bestehen. Dann fährt er mich um, dann sagt er, das Video ist voll abgefahren, mach nicht so viele Videos und äh... Und äh, sammelt... Ja, das sieht gerade keiner. Du hast, ich hab gerade die hier an. Siehst du, sehen wir es. Und sammelt Paybackpunkte. Ey, sag mal, du sollst nicht so viel Werbung machen. Hallo. Ja, ich will nicht. Ey, ich will jetzt was. Ey, Micha, du hast gesagt, wenn ich hier stehen bleibe. Da kommt die Frau bald mal wieder. Ich stehe hier an der Info. Ich möchte mich gern informieren. Ich möchte mich gern informieren. Was machst du denn da im Hintergrund? Wie heißt sie so... Ah! Also, ich hab ja gesagt, das ist hier nichts bezahlt und gar nichts. Und ähm... Fehlt mir noch irgendwas ein? Nee, jetzt rennt er weg wieder. Ja, ich bin immer gespannt, wie lange ich jetzt hier noch warten muss, bis hier mal wieder jemand kommt an der Information. Guck mal, Kathi in der Gitter. Ja, also du hast Spaß, will das Video machen? Ich hab Spaß, ja. Leute, komm, wir reden jetzt mal ohne diesen Gangster da. Ja, ich bin jetzt schon wieder an. Ja, wir sollten halt jetzt kicken. Ich sehe euch an der Stelle. Du bist ja auch nicht die hellste Leuchte. Oh, haha! Ey, das kann ja mal nicht schwach sein. Ich werde jetzt von diesen... von meiner Blöden begleiten, bitte. Jetzt weiß ich nicht, geht es mal hier langsam voran oder... Was willst du da jetzt schon wieder... Nö, ne. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich auch nicht, Leute. Was meinst du, Michael? Wie lange würdest du jetzt hier noch stehen und warten? Ja, ja. Ich rede mit dir da hinten. Ja, ja. Du hast doch gesagt... Was machst du denn da? Ich kann... Leute, der sucht sich immer wieder was Neues. Und... Ich glaube, ich gehe gleich nach Hause. So, Leute. Wir sind... Wir haben es jetzt wieder rausgeschafft. Aus dem Laden da vorne. Aus Dänemark. Und... Was? Aus Dänemark? Ja, aus Dänemark. Und Michael versteht immer alles Mögliche. Ich hab Tschüssi gesagt. Und er hat gesagt Küsschen. Küsschen? Ja, muaah! Leute, der ist irre. Also... Wir sagen Tschüssi jetzt. Tschüssi Küsschen. Viel Spaß bei diesem irren Video. Tschüss. Muaaaah!